Man muss auch fair bleiben. Ey, das ist schon fair. Ja. Ja, ich will jetzt weiter stream gucken. Ich hab Bock auf NBA irgendwie. Ach so, ja, komm. Wenn du Bock hast. Aber du bist scheiße, ne? NBA haben alle gedroppt, so krass. Ich hätt gern NBA und ich würd gern Dings ein Baba Center Build von meinen Zuschauern spielen oder so. Du als Center weg, krass. Ich bin noch Center. Sydney hat einen richtig geilen Center Build. Digga, ich bin aber auch gut kaputt, Digga. Ich will aber noch... Chat, hat einer von euch einen guten Center Build? NBA? Vielleicht Effe? Effe hat einen guten, ja. Hast du Effe seine Nummer oder so? Seine Insta, warte. Ich schreibe ihm schnell. Der ist sehr aktiv. Der ist aktiv? Ja, warte, komm mal. Ja, komm mal. Ich hoffe, er liest. Effe? Ja, direkt gelesen, Digga, wie eine 1. Ja, seine Hände... Oder warte, ich spiele einfach mit Sydney in seinem Account, der ist gerade eh nicht da. Kannst du? Ja. Okay. Ich spiele kurz mit Sydney in der Account. Okay, Maud, steht auf NBA 2K um. Bisschen 2K geht, Digga. So gedroppt worden, das Spiel leider. Sydney Friede, let's go. Gewehr gehen rein. Oh. Hat der einen guten Account? Ja, ja. Sein Build ist wirklich geil. Der kann auch 3er und so. Sein Build ist auf... Nee, nee, ich will den Ding spielen. Hol Effe ran, der soll mit uns spielen. Hab ihm geschrieben. Mein Dealer ist aktiv, was brauchst du? Ich brauch gar nichts. Ich bin seit 12 Stunden live, Digga. Ja, 12 Stunden schon Respekt, vor allem nur FIFA, Digga, was du da gemacht hast, keiner weiß. Effe, komm, Willi, Discord, hast du Rechte? Bitte sag ja. Hast du mittlerweile dein Badges? Ich hab Sydney-Account jetzt so. Sydney-Account. Wir haben heute den ganzen Tag FIFA gespielt, ich will jetzt ein bisschen Ding spielen. Warte mal, welcher ist dein Main-Build? Geh mal auf die Builds, zeig mal her. Das ist... Alles falsch, irgendwie. Hä? Wo ist denn dieser fette Center, Digga? Nein, nein, ich will den Center nicht. Effe, ich spiel doch Center. Achso, dann... Hä, wo ist dein Bild? Ja, ich schwöre. Ich schwöre, warum hat der sein Bild hier nicht? Der hat ein Point Guard-Bild gehabt, eigentlich. Einen guten. Sind die dann nicht da? Ich kann nicht move'n. Effe ist da in dem Raum unten. Kannst auch nicht move'n, ne? Warte mal, ich sag Phil, warte. Hä? Hä? Das ist Sidney's Account, aber warum hab ich sein Bild nicht? Hä? Chat, funktioniert das nicht? Ich... Äh... I don't do nobody. Ja, macht für deiner. So. Bildfortschritte werden auf Festplatte gespeichert, nicht auf Account. Oh Gott. Oh Gott. Was? Effe? Ey, waa. Digga, dann hab ich kein... Chat hat einen guten Point Guard? Das Ding ist, du hast, äh... Hast du nicht auf deinem Account auch einen guten? Ne, ne. Ach, nur Center, ne. Du musst die Daten auf der Cloud herunterladen, wie geht das? Das geht sogar, glaub ich, ne? Ja, aber du musst hinten an der Paisie sein. Oder irgendjemand an der Paisie sein. Geht mies nicht. Hast du doch einen gemacht? Hm. Und wir sind wieder mit einem neuen Episode von NBA 2K TV. Ja, willkommen. Kannst du glauben, dass wir bereits drei Wochen in der NBA 2K 23? Hm, 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 hm. NBA 23 schreibt er, du Hunde, so ein Spyro. Halt's Maul. Er schreibt NBA 23. Ha. Oh Gott. Ähm. Hat einer einen Account von euch? Ich weiß nicht, wie ich sonst spielen soll. Aber den krieg ich dann, den hab ich ja auch nicht dann. Das Ding ist, ist Sydney sein Center, bin ich gut. Aber er hat ja auch einen Pointgarten, 86er. Ja, vielleicht ist er auch gut. Ja, 86er wird halt besser sein als gar keine Ahnung. Ja. Hm. Also willst du jetzt mit Guard schwimmen, soll ich dann Center gehen? Ja. Ja, aber ich hab keinen Guard. Du hast auch differenziert, einfach den 86er. Nee, der ist trash, Mann, auf so hab ich keinen Bock. Ist er wirklich trash? Ich weiß nicht. Safe. Pass, was hast du nicht ein? Oder der von Kai? Das Ding ist, wenn ich, wenn ich ein, äh, wenn ich bei Kai auf sein Account gehe, hab ich die dann direkt. Nee, der muss ja auch hochladen auf Cloud. Ich versteh nicht, warum hat der dann aber hier den 86er von Sid, weißt du? Weil der den damals, äh, direkt auf 86 hochgemacht hat, ohne weiter Fortschritte mit dem zu machen. Aha. Der wird safe, doch safe FIFA spielen, stimmt. Ich hab nen... Okay, Playboy, Sense, dann, äh, ich hab, ich schick dir ne Privatnachricht. Playboy-Szene, rett uns. Dumm Bock auf NBA. Ich hoffe, du hast wirklich einen. Och, ich bin, glaub ich, so raus aus dem Spiel, ne? Nein, 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 glaub mir, ist wie Fahrradfahren, ernst. Gestern wieder gespielt, ne Runde. Mit Randoms war tot. Dääää, däääää, holy fucking smokes, I got my money up. Bist du LeTekka-Konzert nix mehr, Berlin? Ne. Dabei? Hey, warum? Mal gucken. Du kommst rum. Hey, Boy, Sense, ich hab dir auf, äh, Twitch geschrieben. Berlin ist ähnlich weit von dir. Ja, ich komm wahrscheinlich hier. Yes. Darauf dem Monat... Ich wollte dich ändern. Ah, ist gut. Darauf dem Monat ist... Warum bist du heute nicht live gewesen? Hä? Warum bist du heute nicht live? Äh, ich hatte heute was gehabt, Bruder. Ich bin, äh, also ich war auf dem Weg von Frankfurt zurück gerade. Ich hatte da einen Termin gehabt und bin auf dem Rückweg, Bruder. Ich, äh, ich hatte Dinge. Ich bin gefahren, mittlere Spur. Auf einmal, ich schlaf ein, Dicker. Ich zieh die linke Spur rüber. Äh, ich guck, Auto kommt von hinten mit 180. Ich bin so im Sekundenschlaf, wach auf, zieh direkt wieder in die Mitte, Dicker. Ich hab einen dummen Schock gehabt. Und ich hab mich jetzt gar nicht gefühlt, so streamig schwere. Hey, du bist eingepinnt? Ja, eine Sekunde mehr, oder Auto wäre von hinten rein und ich wäre Leitplanke rein. Und rübergezogen, mittlere Spur rechtzeitig und dann den Ding. Da ist es krank, Dicker. Oder ich hab's gar nicht realisiert. Aber warst du vorher schon müde? Ich, ich, eigentlich nicht. Es kam auch aus dem Nichts. Ich bin grad am Fahren, du guckst die ganze Zeit gerade aus, auf einmal, boom. Ey, du, hast du das bei der Cloud-Speicher hochgeladen, Playboy Sense? Damit ich spielen kann? Hast du das bei dieser Cloud hochgeladen, Sense? Ich hoffe schon. Er sagt eigentlich ja. Eigentlich ja, okay. Ich muss mich als, äh, so, stimm zu. Ja, jetzt musst du in seinen Account und das von der Cloud runterladen. Warte kurz, ich muss seine Account-Daten eingeben. Du müsstest da einen Schatz haben. Aber gegen Roald kommt morgen, ne, hab ich gesehen, bei, äh, Dorian. Hast du gesehen, wie er gecuttet hat? Ja, kurz, also, der hat uns was gezeigt, im Schnittprogramm war auf, ich hab gefragt. War geil? Ich hab noch nicht geguckt, das Video. Also, okay. Aber der Wichs hat sich da mir gegeben. Hat er bestimmt. Okay, Pass-Ding ist schon mal richtig. E-Mail, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Am Ende, Digga, ich geh rein, Digga, in den 60er, der Bastard. Digga, was sind das, was ist das für eine E-Mail und was ist das für ein scuffed Passwort, Digga? Bro, wenn das nicht gehackt ist, dieser Account. Passwort falsch, Digga, bester Mann, Digga. Ich grüße dein Herz. Bro, Passwort ist falsch. Holy fucking smokes, I got my money, ey. Passwort ist falsch, ich glaub's nicht. Digga, nein. Er sagt wie. Er sagt wie, nein. Ey, das ist irgend so ein Non-Sap, der mich verarscht hat. Wenn's nicht geh, scheiß drauf. Keine Ahnung, geht hin oder so, Digga. Das ist 12 Stunden live. Ja, wenn's gar nicht geht, kann der auch immer noch aus dein Center nehmen oder nicht? Wenn ihr unbedingt dort auch kein Bock habt. Du kannst mich verarschen, Digga. Dein Center ist halt die 1. Er sagt sogar bei Gott. Er sagt bei Gott, Digga, ist nix bei Gott, Digga. Bei Gott, du hast mich verarscht? Oder du hast Passwort falsch geschrieben, guck mal. Ja. Guck mal, Passwort, ob du es richtig geschrieben hast. Diggga. Tolix, danke dir für den Host. Ey, yo, was mach ich jetzt? Wenn du nicht zocken kannst, dann mach nicht auf Krampf. Digga, ich geh offline, Digga. Ich bin schon seit über 1 Million Stunden live, Digga. Ich kann auch gar nicht mehr. Ich geh spazieren, vielleicht können wir danach off-stream zocken. Ja, kein Stress, ich bin über. Okay, ich bin über. Okay, heide. 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 Okay, Chat, ich werde jetzt offline gehen. Ich bin seit 12, mehr als 12 Stunden live. Ich danke euch für den Stream. Danke an jeden, der da war. Da bist du, Chat. Wir sehen uns morgen. Mal gucken, was wir machen. Danke an jeden, der da war. Yes, Chat. Wir hören uns und sehen uns. Wir sehen uns.